Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, ich bin's, euer Nutoke aufs Brot und wir sind hier bei einem Minecraft Projekt und da habe ich natürlich noch ein paar Leute dabei, wie ihr sehen könnt, hinter mir ist nämlich quasi eine ganze Kiste voller Leute und da fangen wir einfach mal an. Ladies first, würde ich sagen, die Schneckball ist dabei, du kannst mal aus dem Männergedöns rauskommen. Hallo. Alles klar, als nächstes hätten wir da den Brainiac. Hallo. The stage is yours. Oh, da kommt der Weihnachtsmann. Dann ist noch der Balthasar Bonobo dabei. Hallo. A.K.A. Letterman, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich hoffe mal. Ja, ja, das passt schon. Dann den Komak hätten wir noch am Start. Juhu. Als Erdnuss. Ja. Und dann haben wir noch den Kleiber. Juhu. Und den Flipzock, beziehungsweise den Prophet. Hallo. Und last but not least den Kinnzipfel. Hallöchen. Ja, dann mal kurze Info hier zu diesem Projekt. Also, den Startraum hier kennen vielleicht schon die ein oder anderen Zuschauer. Das ist Aquarian Skies, die Multiplayer Map, leicht abgeändert. Und wo drum es hier geht, ist im Endeffekt ganz einfach. Es gibt eine kurze Geschichte. Äh, die Welt wurde mehr oder weniger zerstört. Und da zerstören sich auch schon wieder die Spieler. Und muss halt quasi von Null auf wieder aufgebaut werden. Ups. Ähm, dafür fliegen wir gleich, wenn wir die Teams gewinnt haben, auf eine Insel. Also jeweils zwei Leute gehen auf eine Insel. Und da fangen wir dann an, Sachen aufzubauen und Quests zu erledigen. Für die Questabschlüsse gibt es Punkte. Für die Leben, am Anfang hat jeder zwei, gibt es halt am Ende auch Punkte. Ja, und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Logischerweise. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit der Auslosung. Kann man sich auch schon was rausnehmen aus der Box? Entschuldigung. Äh, ja, da oben könnt ihr euch schon eine Potion und zwei Schilder rausnehmen. Sagen wir mal, der Kuchen ist ja schon wieder leer, Mensch. Kuchen. Ja, die Schilder hast du gesagt. Die Schilder hast du gesagt. Oh. Ups. Eins. Ach Gott, gerade eben die Kiste war gerade eben noch voll und dann auf einmal lädt es. Schlup, leer. Eieieiei. Eieiei, ich habe ja schon eine Potion. Okay, dann nehme ich meine mal nicht. Ich sage dir nur Chaos-Truppe. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Könnten wir uns jetzt hier unten vor dem Dispenser quasi einfinden, wo der nette Kopf hinguckt, am besten in die Richtung. Und dann gehen wir der Reihe nach dahin. Jeder drückt einmal den Schalter und sammelt entsprechend die Wolle ein. Wie immer, aber würde ich sagen, Ladies first. Wo muss ich drücken? In einer Reihe. Einfach den Schalter an der Seite. Rechts oder links, ist egal. Na, 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 na. Welchen denn? Ist egal. Ist doch egal welchen. Weiß ich ja nicht. Hm. Geht gut los hier. Schön, dass das Kind sich direkt vorne dran stellt. Und jetzt? Ja, jetzt solltest du deine Wolle bekommen haben. Und... Kam ja nichts raus, oder? Nein, da kam nichts raus. Nee, da kam nichts raus. Dann drückt den anderen Schalter an. Jeden, der hat von den Augen geklaut. Und da kam jetzt was. Okay. Dann bitte die Stage verlassen. Und der Nächste. Ich geh jetzt nächstes. So. Äh, ich probier mal rechts. Äh, links. Rechts so. Links. Okay, dann rechts. Warum geht rechts der? Warum hab ich's jetzt? Da, nein. Nein. Was bin ich denn? Oh, ich bin grün. Ich bin Slytherin. Okay. Wenn keiner will, geh, isst. Ja, geh. Na, geh doch. Geh, aber geh mit Gott. Sag's nicht zu laut. Ich bin dem Blau. Gut, dann mach ich mal jetzt nächstes. Oh, hofflpuff. Oh, ich bin auch blau. Guck, ich weiß noch gar nichts getrunken. Naja, das weißt du doch nicht. Kam da jetzt was raus? Nochmal. Ist wieder kein Kuchen mehr da. Oh. Kam was raus? Glaube nicht. Mach den, mach mal beide nach oben. Und jetzt ein. Yay, weiß. Die Unschuld. Santa Claus is coming to town. In Grön. Hey. Wait, wait, wait. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Treten sie ein, kommen sie näher. Hier, Box der Papst im Kettenhams. Kuchen, Kuchen. Was, wo Kuchen? Da war noch keine Wolle mehr da. Also normalerweise. Ah, ich krieg die Blau. Okay, nein, ich passe. Ich hab mal die Farbe gewechselt. So, habt ihr jetzt alle? Kinsey, hier liegt eine Wolle im Gang. Wie kommt die da? Ich bin da eine rote Wolle. So, und jetzt sollte noch eine Wolle drin sein. Jawohl. Dann werde ich auch mal drücken. Hätte ich etwa die chlorreiche... Tu es. Schneckbein, was hast du? Los, spritz mir das gute Zeug ins Gesicht. Ah. Oh, ich bin auch rot. Hab ich gar nicht aufgepasst, was du da hast. Verdammt. Du hast sofort weggesteckt. Und du hast sofort... Team Gryffindor. Yay. So, das heißt jetzt... Jetzt gehen wir am besten mal schauen, wer hier in welchem Team ist. Also hier, Team Grün, haben wir hier Komag und Balta Bonobo. Balta Sabonobo. Also, genauso wie er es wollte. Jetzt kann er sich am Fame vom Komag laben. Genau, ey, das wollte ich gerade sagen. Dann haben wir hier den Kleiber und den Prophet. Beziehungsweise Flip zockt. Die freuen sich aber richtig, die zwei. Und hier haben wir noch Team Weiß. Schneckball und den Brainiac. Ja, schmeiß die Wolle in die Luft. Ja, und übrig bleiben der Kinsey und ich. Das eingespielte Team aus Unturned. Ja, genau. Das ist auch wieder ein Vorteil. Ich hoffe, ihr habt keine Vorteile. Also, spielerisch wahrscheinlich eher nicht. Jetzt sehen wir Richtung Grün fliegen, ja? Also, wenn wir die Alters genommen haben. Ihr könnt jetzt genau draußen noch diesen Schalter jeweils einer einmal betätigen. Da kommt auch wieder was raus. Bam, bam. Wo ist es jetzt hingefeuert? Hast du es aufgenommen? Ja. Man darf zweimal, ne? Jeder darf einmal, genau. Ich auch nochmal. Ich habe nicht bekommen. Dann stelle ich mich davor. Weil ich habe, warte. Dann kriege ich quasi das Item, was du rausklickst. Aber da kostet nichts, ne? Ich habe schon. Zack. Probier die andere Seite. War ja eben auch bei der Wolle so. Sag mal. Die Leather müssen beide auf Off sein. Off, ja. Und dann? Und dann könnt ihr einen betätigen. Also, ihr müsst ihn quasi immer wieder zurück von On. Ja, cool. Ich glaube, ihr auch. Und wir kriegen immer nur ein Item, ja? Ein Item, genau. Gibt es noch was zu sagen? Oder können wir jetzt eigentlich den TS jetzt extra gehen? Puh. Wir fragten es nicht was. Wir könnten noch kurz... Wir könnten noch kurz... Ich würde sagen, die erste Ausnahme machen wir komplett zusammen, oder? Ja, würde ich schon. Ich meine, wir haben jetzt sieben Minuten. Da können wir ruhig noch quasi einziehen. Hier in der Kiste wurde alles mehr oder weniger rausgeholt. Du nimmst die Zeit auf, Nuttukar, ja? Ja, ich habe die Zeit im Auge. Ich habe hier auch die Uhrzeit im Auge. Sehr schön. Das ist nicht weh. Aber was man sagen sollte, so eine Folge geht maximal 23 Minuten. Ja, genau. Also, die Regeln... Ich weiß nicht, soll ich die Regeln jetzt hier noch groß breit treten? Ja, grob die Randkriterien, sag ich mal. Okay. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, für die Quests gibt es Punkte. Für die Leben gibt es auch Punkte. Also, es ist schon ein Contest. Oh, gruselige Musik. Und, ähm... Ja, Griefing ist nicht erlaubt. Die Gegend ist nicht zerstörbar. Also, ihr könnt auch nicht einfach das Haus von jemand anderem wegbomben. Und das heißt auch, nicht jemanden einfach töten. Ihr dürft schon jemanden töten, aber... Jetzt... Hier ist verkehrsberuhigter Bereich. Also, hier wird jetzt keiner getötet, sondern wenn... Erst, wenn ihr euch irgendwie auf eine andere Insel begeben könnt. Und, ich denke, bis dahin sollten die anderen Leute dann auch Vorkehrungen getroffen haben, um irgendwie, ja, sich einzubauen oder, oder, oder. Okay. Und, äh, später ist dann halt doch schon PvP erlaubt. Ähm... Steht zwar nicht im Mittelpunkt, aber ist auf jeden Fall durchaus dabei. Noch, noch was, was wir hätten vielleicht vorher besprechen sollen, aber... Wollen wir... Das, äh, alles nicht dann morgen am besten hochladen? Um 18 Uhr, weil die ja immer um 18 Uhr kommen und ich glaube nicht, dass jeder es schafft, noch bis 18 Uhr die Folge hochzuladen oder zu seinem Uhrzeit halt. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's definitiv nicht. Nee, also, ich hatte eigentlich auch eher an Sonntag gedacht. Okay, alles klar. Okay. Was, an Sonntag? Wann nicht? Morgen, Sonntag oder? Das ist dann morgen halt die erste Folge, jetzt, das, was wir gerade aufnehmen. Um 18 Uhr. Okay. Das bedeutet, wird das alles zu knapp. Ich merke schon, ich merke, weil wir sind auf einer Wellenlänge erstmal alles weggegessen. Oh, Mann. Okay, ja. Wo müssen wir denn da hinfliegen? Einfach, ähm, aus unserem Gebiet quasi, straight, gerade aus... Genau, und da solltet ihr, dann solltet ihr irgendwas zu unsel finden. Ist das schon dein Item, Kumok? Ja. Okay. Wo ist denn hier mein Teamkollege hin? Also welches? Wie muss ich das trinken? Mit Rechtsklick, oder? Einfach trinken dann. Ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt einfach mal nach da. So, ich seh's schon. Okay. Mit links geht's, Kinsey. Oh. Los geht's. Oh, das ist schön los. Oh, ich seh, ich seh unser Ende. Oh, 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 ich seh was? Alter, das sieht wirklich geil aus. Da ist mal ein Filmkollege, gerade hier hin, oder was? Aber der sieht schön aus. Warum bist du so viel schneller als ich? Komm, wenn du, wenn du am Fliegen bist, Kumok, dann musst du zweimal springen drücken. Ich bin doch schon da. Oh, haben wir ein lila Dach? Nein, das ist ein braun. Wir dürfen schon, äh, 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 na toll. Passt ja dann, ne? Ich hab da nämlich eine Vermutung. Passt mit deiner Hose zusammen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja hier, äh, äh, wie kann man das jetzt wieder ausmachen? Wie benutzt man den nochmal? Den hab ich nicht verstanden, ja. Einfach setzen, oder? Kann man den, den Trank jetzt wieder ausmachen? Du setzt den irgendwo hin? Ist automatisch ausgescheint. Ja, der hält halt zweieinhalb Minuten wie die normalen Trank. Okay, da ist noch die ganzen Bücher drin, das ist super. Ah, gut. Du zufälligerweise schon, äh, den Mord gezockt. Was ist da drin? Ich hab ihn mal so ein bisschen angezockt. Ich hab das schon mal so ein bisschen, also, hast du Plan davon? Ich hab keinen Plan davon, ich bin absolut, äh, 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 blind quasi. Okay, also ich hab so ein paar Sachen, die ersten Dinge hab ich ja schon probiert. Okay, dann bin ich aber ruhig, dass man von unserem Team weiß, was... Das steht auch alles in diesen Büchern drin. Und bitte fall nicht runter, lauf nicht so rum. Ich möchte nur die, die, die große Insel hier erkunden. Ja, aber... Moment. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Moment. Oh, schön. Oh, ich hab schon mal einen Baum geflammt. Müssen wir nicht noch in einer Party sein? Ja, müssen wir. Komm mal rein. Rätten wir noch gleich, oder? Ja, ja, ja. Wunderbar. Äh, ja, stimmt. Ihr müsst euch noch in eine Party, äh, machen. Create Parties. Life-Settings Shared Lives. Aua. Wenn man sich auch auf den Baum stellt, den ich abbau, ist man grad selbst. Die lade ich jetzt jemanden ein. Wollen wir jetzt zusammen im ATS bleiben, weil ich verstehe, nämlich, äh, ich kann mit meinem Partner gar nicht reden. Ja, deswegen meine ich ja. Ja, okay, dann. Du, dann weggehen wir mal. Okay, dann schmeißen wir uns mal die Durcheinander. Moment, ich will noch den Party. Kann einer uns verschieben, vielleicht? Einfach, das wäre... Das wäre kranios. Wenn das klappt, geht das? Okay, alle lieben. Dö, dö, dö. Ich versuche mal, ob ich hier auch, äh, switchen kann, ohne die Aufnahme abzukacken. Ja, deswegen. Bei mir kackt es ja nämlich ab, wenn ich jetzt aus dem, aus dem Minecraft gehe. Ähm. Ah, da ist ja auch der Nutoka. Ich hab grad schon erwähnt, ich will das Ding hier gewinnen. Ja, ist ja in Ordnung. Hast du, äh, jetzt, jetzt, wo wir hier einzeln sind, äh, hast du hier unten drunter den Dirt schon gefunden? Ja. Da unten drunter sind nämlich sieben, äh, versteckte Dirtklumpen. Ja, dann hau am besten direkt mal hier, ähm, Gedöns drauf, also, ähm, 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 Bone Meal. Ach ja, genau. Hab ich ja auch ganz vergessen. So, ich hab dich eingeladen in meine Party. Ja. Das Ding ist dann allerdings, wir teilen uns ihr Leben, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das vom Regelwerk her so gedacht ist. Ja, doch schon. Alles klar, gut. Aber wir sind doch schon in einer Party, oder? Tü, tü, tü. Äh, nein. Glaube nicht. Hier, eine Party with one player steht bei mir, doch. Äh, ach doch. Okay. Aber da stehe nur ich. Ja, und bei mir stehe nur ich da. Aha. Oder? Ja, äh, äh, lass mich schauen. Äh, Kindzipfel, Wolfram. Nö, also, bei mir stehen da zwei. Ja, dann wird's schon richtig sein. Partylist. Alles gut. Ja, dann kriegen, dann kannst du jetzt ja auch Holz klappen und die, äh, Plätze machen. Ja, normalerweise, dadurch würden wir es dann halt ganz einfach rausfinden, ob wir in einer Party sind oder nicht. Weil wenn du die, die Achievements hier auch bekommst, dann sind wir definitiv in einer Gruppe. Mhm. So, das war das. Und wir werden auch noch abkloppen. Aber wie witzig, dass wir nochmal in einer Gruppe sind, ne? Muss ich ja schon sagen. Ja, ist, ist schon seltsam, also. Das ist Fügung. Aber, 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 äh, Rache gibt's in, unturned, intern, ne? Ja, ich, ich würde mir ja selber ins Fleisch schneiden, wenn ich dich hier, äh, umbringe. Ja, genau. Und deswegen warst du direkt auf Party. Okay, direkt nochmal. Äh, ja. Dann gucken wir aber jetzt mal, ob das Quest completed ist. Äh, one Quest available for completion. Sehr schön. Hm, was müssen wir mal machen? Ja, äh, 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 learning to sell. Wir brauchen Oakwood Planks. Okay. Also, normalerweise sollte das Quest bei dir jetzt auch erledigt sein. Äh, nö, ist es nicht. Verdammt. Ich crafte mal selber welche. Hast du schon, du hast doch schon ein Crafting Table, oder? Nö. Nee, hast du nicht, brauchen wir auch nicht. Egal. Wo ist mein Halt? Da. Crafting. Oakwood Planks. Da, und Questbook, 100%. Claim Reward. Jetzt habe ich einen Apfel. Gebe ich hier nochmal den Kindzipfel ein. Aber, normalerweise, hm, hm, hm. That player is already in a party. Äh? Okay, warte, ich gucke nochmal ins Questbook. Ähm, du hast auch eine Quest, äh, wäre eine Quest, eine Party aufgemacht? Ja. Hm, hm. Wie komme ich jetzt ins Party? Gibt es hier noch? Shared Lives. Boah, waren wir schon. Schreibt den Chat. Äh, hallo. Hallo. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ja, bitte. Und zwar, man darf nur drei Quests machen, oder was? Wieso nur drei Quests machen? Hat mir irgendwie der Koma gerade erzählt? Hä? Pro Aufnahme drei Quests, oder war das falsche Information? Das war eine falsche Information. Okay. Keine Ahnung, wo du die her hast. Okay, alles klar, dann viel Spaß. Ja. User left your channel. Wieso denn nur drei Quests pro Aufnahme? Verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm. Ich finde das Menü nicht mehr für die Quests, äh, für die Party, verdammt. Ähm, pass auf. Du gehst, äh, blablabla. Du musst nochmal auf Learning to Skyblock klicken, damit das nicht aktiviert ist. Und dann kannst du... Okay. Da, Kindzipfel, Players, One, Likes. Das ist jetzt blöd. Äh, ich, ich, ähm... Kann die nicht verlassen? Ich, Player, Disband, Player. You have currently selected Kinzipfel. Hold, Shift, Control, while clicking to confirm. Disband, was heißt Disband? Keine Ahnung. Party löschen. Okay, ich hab meine Party gelöscht. Lädst du mich nochmal ein? Äh, ja, ich versuch's. Kinzipfel. Invitieren. Ah, jetzt steht da Invited. Jetzt solltest du eigentlich irgendwas haben. You, you, Invites. Accept. Ah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch wissen. Ja, müssen wir hier nach der Folge auf jeden Fall direkt sagen. Ich meine, wir müssten ja eigentlich alle so in fünf Minuten ungefähr fertig sein. So. Müssen wir nur gucken, dass wir jetzt auf dem aktuellen Stand sind. Ich hab eine Spitzhacke. Oh. Aber ich brauch gar keine Spitzhacke. QDDS, so wie von uns das? Äh, der dritte Select Task. Open. Aber dann noch hier. The QDs, oder was? Feed the QDS. Ah, da bist du jetzt? Okay. The final way of turning in Quest is the Quest, ach so Quest Delivery System, deswegen QDS. This block will require you to send the item through a hopper or duct attached to the blocks. Hey, ja, ja, ja. I have to use the hopper. Wie mach ich den? Ach so. Das müsste jetzt eigentlich schon fertig sein. Was hast du schon? Oh, ja. Du bist ja ein Fuchs. Oh, ja. Nicht schlecht, Herr Fuchs. Jetzt müssen wir den mit einer Pickaxe abfarmen. Hast du eine Pickaxe? Ich habe die Pick-Aff-Spincher drin. Ja, dann bau mal den Hopper ab, weil wenn wir den mit der Hand abbauen, dann haben wir ein Problem. Dann können wir das Quest nicht abschließen. Okay. Hast du denn, du müsstest auch eine Pick-Affs haben. Nee, du hast die ja. Wir fragen uns die Sachen, äh, wir teilen uns die Sachen, ja. Oh. Ähm, okay. Next. Äh, ja. Wird hier alles abgefertigt. Sag mal, wie ist das denn jetzt mit den beiden Quests? Haben wir die jetzt zuerst geschafft? Kriegen wir die Punkte? Nur für komplette Quests, also für komplette Quests, äh, Reihen, genau. Ja, das macht auch mehr Sinn. Weil wenn da jedes Mal, wenn einer ein Quest schafft, äh, hier geschrieben wird, ich habe das und das gepackt, dann ist ja der Chat voll. Ja. Das funzt ja nicht. No help given. Manual is submit. Habe ich doch schon geschafft. Claim Reward. Ja. Warum fragen die, ob die nur 23 Minuten lang werden kann? Das steht doch im Regelwerk. Der Magna Crafter. Der Magna Crafter, genau. Ich muss ehrlich sagen, wer den Mod gebaut hat, der hat, äh, Humor. Ähm, aber ich will, dass ich den gewinne. Ohne Scheiß, Mann. Ich bin echt ein bisschen ehrgeizig. So, und deswegen werde ich jetzt auch Too Many Items fragen. Dürfen wir Too Many Items fragen? Ja, ne? Äh, ja klar. Craft. Das halten die mich hier alle ab, ne? Das machen die extra. Das ist denen ihr Plan. Die fragen mich die ganze Zeit. Warum kann ich denn nichts suchen? Craft. So. Also, ja, jetzt. Aber wir sind jetzt echt schon mal 20 Minuten. Wird aus dem Crafting Table, glaube ich, gemacht. Ja, ganz einfach. Du, 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 du. Ähm, wir sollten uns Fackeln herstellen. Äh, ja, und natürlich. Ganz wichtig. Aber wir haben noch kein Cobblestone, wir können noch gar keinen Open machen. Oh. Was hab ich denn hier? Ich hab Millionen Colored Bricks gerade bekommen. Nice. Sag mal, die Laterne, gibt die genug Licht? Äh, ja, für hier drin auf jeden Fall. also hier in der umgebung das bond das bond kaum monster außerhalb dahinten uns dunkel wird workbench haben wir noch keine ich setz mal eine hin hast du die macht doch gleich die neue station genau und das brauchen wir noch eine chest ok haben wir genug holz ich habe noch vier holz einiges holz ich wieder eingesammelt ich mache gerade eine chest das noch holz ich kümmere mich noch ein bisschen holz ja wir müssen in anderthalb minuten müssen feierabend machen also nicht oder wir sagen wir machen jetzt schluss bevor wir überziehen ja ich würde sagen die zeit oder was können wir in anderthalb minuten noch machen ich will nicht überziehen noch ein bisschen holz ernten okay dann halt drauf block lade fehler ja gut der baum reicht dann ja auch erstmal so alles klar dann fange ich schon mit der abwand an ja also ich hoffe mal es hat euch gefallen die nächste folge kommt dann quasi am montag um 18 uhr mit dem künstlipfel wieder und mir ihr könnt natürlich auch gerne bei den anderen schauen das wird alles in der beschreibung verlinkt die anderen kanäle also schaut auch mal bei denen rein ob sie schneller vorankommen ob die ganz andere taktiken haben wer ganz interessant dann verabschiede ich mich sehen socioeo bis zum nächsten mal tschüssi tschüss 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 tschüss